Wir befinden uns hier auf der Lyntia Strecke von 2000 in Sydney. Das Training macht hier natürlich viel Spaß bei der Wärme. Drei Wochen werden wir hier trainieren, haben sogar ein Weltranglistenrennen. Mal schauen, wie das alles so läuft. Bei dem warmen Wasser hier ist es kein Problem, auf einmal reinzufallen. Da geht man schon einige Risiken auf einmal ein, um bestimmte Kombinationen zu fahren. Dadurch lernt man hier doch schon sehr viel, wenn man eben noch mehr riskiert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020